Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, am heutigen Abend beraten wir einen Antrag der AfD, bei dem wir lange rätseln durften, um was es sich eigentlich handelt. Das Sprichwort besser spät als nie ist hier, wie so oft bei Initiativen aus der rechten Ecke, völlig fehl am Platze. Nie wäre in jedem Fall besser gewesen. Wir hätten unsere kostbare Zeit wahrlich mit sinnvollerem füllen können. Stattdessen müssen wir uns mit einem Antrag beschäftigen, der völlig an der Realität vorbeigeht. Man kommt nicht umhin, sich die Frage zu stellen, in wie vielen Fällen haben Sie denn bisher versucht, Fragen an die EZB zu stellen und sind an zu strengen Regularien gescheitert. Die Kollegen Schlick und Schäffler haben von diesen Möglichkeiten Gebrauch gemacht und ihre Antworten erhalten. Wenn Sie Fragen an die EZB stellen wollen, dann haben Sie doch die Möglichkeit dazu. Warum nutzen Sie die dann nicht? Stattdessen wollen Sie hier die Geschäftsordnung des Bundestages weiter aufblähen mit einer Regelung, die zudem nicht einmal bindend wäre. Ausnahmsweise haben ja bei Ihnen einige Ihrer Juristen den Antrag mitgezeichnet. Aber eigentlich hätte es die nicht einmal gebraucht, um zu merken, dass die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages genau das tut, was Ihr Name sagt. Sie ordnet die Geschäfte des Deutschen Bundestages. Keine bindende Wirkung kann unsere Geschäftsordnung aber für die Arbeit der EZB und der Single Resolution Board haben. Deren Regeln kann man nur auf EU-Ebene ändern. Schließlich sind es EU-Institutionen. Sie glauben doch auch nicht, mit Beschlüssen in der Kommunalpolitik die Bundesregierung auf etwas festlegen zu können. Wenn der Schatzmeister eines Kreisverbandes Ihrer Partei ganz versehentlich seinen Rechenschaftspflichten nicht nachkommt, dann sind Sie doch auch ganz schnell mit den Beteuerungen, dass das mit Ihrem Wirken im Bundestag nicht das Geringste zu tun hat und man sich davor hüten solle, die Gliederungsebenen Kommune und Bund durcheinander zu bringen. Die geeignete Stelle zur Kontrolle der EZB wäre das Europaparlament. Wenn ich mir das mal genauer anschaue, verstehe ich auch, woher bei Ihnen der Wind weht. Von den ehemals sechs Abgeordneten Ihrer Partei ist dort ein einziger übrig geblieben. Alle anderen haben sich einer nach dem anderen verabschiedet, während sich Ihre Partei immer weiter den rechten Rand bewegt hat. Und der letzte Verbliebene hat offenbar kein Interesse daran, sich mit finanzpolitischen Detailfragen auseinanderzusetzen. Die Tatsache, dass Sie noch nie den Versuch unternommen haben, aus diesem Hause eine Anfrage an EZB und SRB zu stellen, macht deutlich, was Sie, meine Damen und Herren von der AfD, mit diesem Antrag wirklich wollen. Sie spielen mit der Angst der Menschen. Sie sehen Zwietracht an jeder Stelle, die Ihnen opportun erscheint. Vor der Europawahl entdecken Sie da selbstverständlich auf dieser Ebene wieder für sich. Sie versuchen, statt einer seriösen Auseinandersetzung mit den EU-Institutionen den Verdacht der Intransparenz an ungeeigneter Stelle zu wecken. Klar ist, selbst mit einem Antrag zur Geschäftsordnung wollen Sie nicht die Arbeit hier verbessern, sondern die Ressentiments Ihrer Kernwählerschaft gegen internationale Zusammenarbeit befriedigen. Seriöse Arbeit sieht anders aus. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.